Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit Mutality und heute schauen wir uns die Krasny Krim an. Die liebe Krasny Krim wurde kurzzeitig hinzugefügt im Premium Shop und ist derzeit für drei Pakete zu haben. Einmal die normale Nuder Schiff und den Stellplatz für knappe 13 Euro. Dann haben wir hier die Krasny Krim Ultimativ mit 4850 Dublonen und 50 Fähnchen der guten Sorte. Außerdem haben wir das Superlativpaket mit 30 Tagen Premium, 8.350 Dublonen, ein paar Einbauten und ebenfalls Fähnchen. Außerdem kommt bei dem Superlativpaket für 50 Euro auch dieses rote Fähnchen daher. Und dieses rote Fähnchen gucken wir uns mal ganz kurz an, denn ja, viele interessiert ja so eine Sonderfahne. Die ist übrigens schon eine ganze Weile im Client enthalten gewesen, aber jetzt erst zugänglich. Die sowjetische Marinegarde wurde 1942 während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Die Kriegsschiffbesatzung erhielt den gerade Status für Tapferkeit in Gefechten für die Heimat gegen deutsche Invasoren. Für Entschlossenheit, Mut, Disziplin und Ordnung für Heldentum. Ja, die Fahne kennen wir bereits, die haben wir auch schon in World of Tanks gesehen, zumindest das Logo. Und ja, die findet ihr hier, könnt ihr an jedes Schiff schrauben, aber das Ganze nur im 50 Euro Paket. Außerdem ist die Krasny Krim insgesamt als Stufe 5 Kreuzer, also nimmt quasi den Platz der Kirov ein. Allerdings ist es nichts anderes als ein gepimptes Svetlana von Stufe 4. Und wir wissen alle, die Svetlana war nicht so dolle. Aber gucken wir sie uns ganz einfach mal an. Wir haben 25.100 Hitpoints, das ist nicht sonderlich viel, aber auch nicht wenig, das ist okay. Wir haben keinerlei Panzerung. Wir haben 130 Millimeter Artillerie. Das ist nicht sehr viel. Für die Russen ist das Zerstörerbewaffnung, aber diese kommt mit 15 Kanonen daher. Das heißt, wir haben echt hier eine halbe St. Louis auf diesem Kreuzer. Also 15 Kanonen mit einem Kaliber von 130. Mit AP braucht man da gar nicht anfangen. Da kommen wir nicht sehr weit. Aber wir haben eine Nachladezeit von 8,3 Sekunden. Das ist relativ hoch, aber es geht noch. Und wir haben eine Reichweite von, sage und schreibe, 13,5 Kilometer auf Stufe 5. Das ist Marblehead-Niveau. Kommt nicht an die Oma heran oder an die Kirov oder an andere Kreuzer. Und deshalb müsst ihr da sehr, sehr nah ran. Wir haben eine extrem hohe ballistische Flugbahn. Das heißt, wir müssen auch noch sehr, sehr weit vorzielen. Ansonsten haben wir noch Torpedos. Die Torpedos sind aber nicht der Rede wert. 2 mal 3 Stück auf jeder Seite. Und diese haben eine Reichweite von, sage und schreibe, 3,7 Kilometer. Das ist damit die geringste Reichweite im Spiel. 65 Knoten sind wenigstens schnell da. Wir haben eine ziemlich gute Flugabwehr. Von 28 Punkten hier allerdings nichts Großartiges. 12,7 Kilometer. 12,7 Millimeter. Das ist alles nicht sehr viel, aber es ist okay. Wir haben eine relativ gute Manövierbarkeit. Mit einem Wendekreis von 590 sind wir ziemlich gut dabei. Wir haben eine Ruderstellzeit von 7,2 Sekunden. Das ist auch noch okay. Und wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 29 Knoten. Das entspricht Schlachtschiffniveau. Das ist nicht sonderlich viel. Ja, Verborgenheit braucht man ja nicht wirklich zeigen. Denn wir gehen bei 13,3 Kilometer auf. Auch das ist nicht sonderlich doll. Ja, insgesamt kein gutes Schiff. Ich würde es auch nicht empfehlen. Rein von den Stats her. Da ist der Premium-Russe, die Mumansk, in fast allen Punkten der Kraschnikrim weit überlegen. Aber gut, wir schauen sie uns einfach mal im Spiel an. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserer aufgepimpten Svetlana auf hoher See. Zusammen mit der Nubia und der lieblichen Tierin. Ebenfalls in der Svetlana aufgepimpt. Der Kraschnikrim. So, wie immer. Wir laden zuerst HE. Viel mehr sollte man hier auch nicht wirklich laden. Denn mit 130 Millimeter ist die Chance, dass man irgendwo durchschlägt, doch relativ gering. Zumindest, ja, im Mittelfeld. Wenn wir sehr nah dran sind, können wir uns das nochmal überlegen. Aber vorher eher nicht. Ja, was wir richtig gut können. Ihr seht, wir haben sauviele Kanonen, die aber nicht alle gleichzeitig auf ein Ziel schießen können. Maximal vier bis fünf Kanonen können gleichzeitig schießen. Egal, in welche Richtung. Und das macht uns eigentlich zu einem relativ guten Zerstörerjäger. Das große Problem ist, dass Zerstörer oftmals in der Reichweite ihrer eigenen Schiffe operieren. Und da sind wir dann nicht mehr so gut. Ihr seht's. 13,4 Kilometer Reichweite. Dann ist es vorbei. Die Königsberg kann bereits jetzt auf uns schießen. Das ist ein Problem. Wir können nämlich noch nicht zurückschießen. Und wenn, dann halt nur mit einem Teil unserer Bewaffnung. Ich könnte übrigens auch mit sieben können, wenn wir rechtzeitig schießen. Sieben, okay. Sieben ist dann wohl das Maximum. Ihr seht, wir haben insgesamt 15 Geschütze, beziehungsweise 15 Türme, ein Doppelgeschütz dabei. Und das ist relativ ordentlich. Aber die Feuergeschwindigkeit ist nicht ganz so hoch, wie man sich das wünschen würde. Bei 130 Millimeter. War ein bisschen enttäuscht. Ist aber okay. Wir sind halt ein reiner HI-Schleuder. Zumindest spielt sich das damit echt angenehmer. Und versuchen natürlich, das gegnerische Schiff in Brand zu setzen. Was relativ einfach ist, wenn wir denn mal Treppen. So, rechts klemmsen. Die nehmen wir uns mal vor. Das können wir ziemlich gut. Wie gesagt, wir haben viele Geschütze. Eine relativ hohe Feuergeschwindigkeit. Tops. Und damit sollten wir uns auf jeden Fall am Anfang des Gefechts beschäftigen. Mit der Zerstörung gegnerischer DDs. Wenn wir sie dann sehen würden. Oh, da haben wir schon dick kassiert. Ich glaube, die Arkansas war das. Tops und richtigen Kieren. So, unsere Torpedos. Wie gesagt, erst auf 3,4 Kilometer Reichweite. Und Tigern ist raus. Gut. Das macht es uns nicht gerade einfacher hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, niemals die Breitseite zu einem Schlachtschiff zeigen. Auch bei der Svetlana ist es extrem gefährlich. Denn wir haben maximal 75 Millimeter Panzerung. Das ist echt nicht viel. Das ist auch fast das Störerniveau. Das ist nicht viel. Also insgesamt, ich weiß nicht, bin ich jetzt nicht so der Fan von dem Schiff. Man kann damit sehr gute Runden haben. In meiner ersten Runde hatte ich glaube ich 85.000 Schaden. Das war okay. Aber da hatte ich eher mehr Glück als Verstand. Muss man dazu sagen, dass die Leute einfach nicht auf mich geschossen haben. So, Nubia, du bist da ein bisschen sehr nah dran. Äh, ich hab's gerade gehört. Also, ich versuche ja einfach die ganze Zeit jetzt die Wyoming hier in Brand zu schießen. Eine andere Chance habe ich nicht. Mit AP komme ich dann hier durch. Niemals. Es ist gar nicht so einfach, alle Kanonen hier irgendwie stilgerecht auf das Schiff zu bringen. Weil die haben so ganz komische Radien. Jetzt kann ich aber auch wieder näher ran. Wenigstens haben wir schon mal ein NDD rausgenommen. Und dafür ein Kreuzer eingebüßt. Aber gut, ihr seht schon, insgesamt ist das Ding relativ unwendig. Auch wenn es eigentlich von den Stats her, ja, nicht so unwendig sein sollte. Weil wir haben eine relativ hohe Ruderstellzeit. Aber das ist ziemlich egal, wenn man erstmal am Drehen ist. Aber insgesamt fühlt er sich ein bisschen träger an. Ja, kein Vergleich zur Omaha oder zur Momanski, die insgesamt da sehr viel besser performen. Also hier gegnerischen Torpedos auszuweichen sollte man. Ja, damit sollte man früh anfangen. Oh, oh. So. Ein Schlachtschiff haben wir erwischt. Ich glaube, ich brenne runter. Nein. Wir haben hier ein Material, eine hydrakustische Suche, die wir hier mit einbauen können. Sehr, sehr angenehm. Damit kann man noch besser Zerstörer jagen. Jetzt versuche ich mich mal mit AP auf der Königsberg. Also wenn es bei der Königsberg nicht klappt, dann klappt es nirgendwo. Ihr wisst, Königsberg hat ähnliche Panzerungswerte. Aber mal gucken, ob wir die überhaupt ordentlich durchschlagen können. So. Erstmal treffen. Ich versuche mal noch einen Turm mehr ranzukriegen. Ich glaube nicht, dass das geht. So. Jetzt. Insgesamt fährt er sich relativ angenehm, wenn irgendwo ein Zerstörer auftaucht, da er halt Kanonen in jede Richtung hin hat. Da können wir relativ schnell reagieren. Das kann aber auch die Nummer A. Und ich komme einfach nicht an die doofe Königsberg an. Hör mal auf, sich zu bewegen. Ich will hier einen Test machen. So. Okay. Versuchen wir sie mal auf Wasserlinie zu beschlagen. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt sind wir ja relativ nah dran. Im Torpedo-Reichweite der Königsberg. Das ist nicht gut. Wir müssen aufpassen. Ja, kaum sage ich es. Da sind sie. Ja, da haben wir mal 3000 Schaden gemacht. Also im Nahkampf-AP-Laden, das funktioniert. Nur jetzt durchschlagen wir sie nicht mehr kaum. Ist sie ein bisschen angewinkelter. Also 130 Millimeter, ne? Das ist halt nichts. Während alle anderen 152 Millimeter ins Feld führen. Ja, ich gehe jetzt wieder auf AHA. Das hat keinen Sinn. Kommen sie ja einfach nirgendwo mehr durch. 130 Millimeter ist zu wenig. Wer schon mal einen russischen Zerstörer gefahren ist, der weiß, dass man da nicht überall durchkommt. Und unsere Torpedos sind auch relativ nutzlos auf 3,7 Kilometer Reichweite. Das ist einfach viel zu wenig. Dafür sind sie verdammt schnell. Also wirklich schnell. So, wir haben hier irgendwo noch einen DDD. Den werden wir uns jetzt auch noch holen. Ja, gerade mal 30.000 Schaden. Hatten einfach wenig zu schießen. Am besten ist es eigentlich, wenn ihr Schlachtschiffe anzündet. Die reparieren, wir zünden sie nochmal an und suchen uns dann ein neues Ziel und zünden das ebenfalls an, um halt unsere Effektivität zu steigern und dann eventuell noch irgendwo mithelfen, wo gerade ein Schiff zusammengeschossen wird. Na, wir sind ein relativ guter Supportkreuzer. Können schnell unser Feuer verlagern. Aber wir haben echt nichts an der Front zu suchen. Gar nichts. Ich habe mal versucht, ein Schiff zu torpedieren. Bin wirklich sehr, sehr an den Rand gefahren. Und von 100 auf 0 geschossen worden. Ist klar, wir sind halt wirklich ein Kreuzer, der keinerlei Panzerung ins Feld führt. Und es lohnt sich nicht. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Die Torpedos sind wirklich nur ganz, ganz selten einzusetzen. Also insgesamt halte ich sie nicht für einen schönen Premium. Er ist okay, aber nicht schön. Die Mumansk ist da in allen Belangen besser. Sie kostet ähnlich viel, hat aber... Oh shit. Bessere Möglichkeiten. Ja, den kriegen wir ab. Mist. Okay. Wir haben hier irgendwo noch einen Zerstörer. Da ist er. Also die Mumansk ist in allem Belangen irgendwie besser. Ich finde die auch angenehmer zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie kann das, was wir jetzt gerade machen, Zerstörer jagen, sehr viel, viel besser. So. Den können wir ausweichen. Die sind immer früh genug. Überdreht, 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 überdreht. Jaja, geht. Ich sag ja, der fährt sich ein bisschen wie ein Backstein. Das ist echt nicht einfach. Was wir aber gut machen können, ist hier wirklich in einem Nebel zu jagen. Na, da kommen die Schüsse her. Ja. Jetzt habe ich Angst vor der nächsten Torpedowelle. Die definitiv kommen wird. Das wird aus dem Backhausen. Naja, ich muss aus dem Cap raus. Weil ich sonst zusammengeschossen werde. So. Ich muss hier irgendwie versuchen, dem Zerstörer auf dem Fuß zu folgen. Da ist er. Weil sonst wären wir hier zusammengeschossen. Ja, es lief doch ganz gut. Wir konnten jetzt nochmal einen Zerstörer stellen und den nochmal versenken. Sehr gut. Jetzt können wir nochmal cappen. So. Also insgesamt. Momansk würde ich immer vorziehen. Die Molotow sowieso. Auch wenn die eine Stufe höher ist und 6 Euro mehr kostet oder 5. Finger weg von dem Schiff. Ganz ehrlich. Das lohnt sich nicht. Für einen Stufe 5er ist der echt nicht gut genug. Aber gut. Wer russische Besatzungen dauerhaft irgendwie hier in die Trainingseinheiten schicken will, der braucht vielleicht 2 oder 3 Premium Schiffe. Und da ist es wohl so oder so. Egal was ich sage. Sammler kaufen sich das sowieso. Aber ich persönlich würde jedem Neuling davon abraten, das Ding zu kaufen. Holt euch lieber die Momansk. Die ist wirklich in allen Belangen besser. Hat mehr Reichweite. Hat bessere Torpedos. Ist besser im Manövrieren. Ist schneller. Hat zwar weniger Kanonen. Aber nein, mein Gott. Hat dafür ein größeres Kaliber. Und die Molotow ist sowieso allen überlegen durch ihre wirklich sehr starke Bewaffnung. Und wir haben hier 38.000 Schangen gemacht. Also es geht weit mehr mit der. Aber auch vor den Credits her 257.000 ist jetzt nicht so doll. Geht aber für Stufe 5. Wir sind auf Platz 1 mit 1.122 XP. Wir haben ein paar Schiffchen zerstört. Aber insgesamt, nee. Tut mir leid. Ich kann mich mit dem nicht anfreunden. Für Sammler allemal wert. Aber, oder für Russenfreunde. Aber ansonsten, nee. Tut mir leid. Die Momansk ist da wirklich besser. Gut. Das war es dann erstmal mit World of Warships für heute. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.